Was sind die Kasten geklappt? Und dann kommt die Kupé, ne? Ich glaube Dienstag, aber am Montag kommt es, keine Ahnung, Montag 12 Uhr kommt irgendwann ein bisschen was anliefern. Da sollte man dann die Bühne schon bauen. Etwas gebaut hier auch? Ja, wieder die Traversen von der Maidmer Gassen. Bauen wir wieder an. Einmal 3 Meter und einmal 4 Meter hoch. Mit Vorhang. Und Leinwand oben drauf. Ja, stopp ich da? Morgen, ja. Morgen in der Früh. Morgen in der Früh.